Der Trikos ist Österreichs renommiertester Nachhaltigkeitspreis. Wer sich am Trikos beteiligt, muss umfangreiche Unterlagen zur Verfügung stellen, die in einem mehrstufigen Verfahren von einer Expertenjury beurteilt werden. Wir wollen zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften und unternehmerischer Erfolg keine Gegensätze sind. Ganz im Gegenteil, nachhaltiges Wirtschaften kann eine Erfolgstrategie sein. Und jene Unternehmer, die diesen Weg erfolgreich gegangen sind, die wollen wir mit dem Trikos in das Rampenlicht holen. Und damit aber auch zeigen, wie verantwortungsvoll österreichische Unternehmen wirtschaften. Wer für den Trikos nominiert ist oder einen Trikos gewinnt, kann mit Fug und Recht behaupten, zu den besten Unternehmern in puncto Nachhaltigkeit in Österreich zu gehören. Alle Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, können beim Trikos einreichen. Unabhängig davon, ob sie Maßnahmen im sozialen Bereich, im ökologischen oder gesellschaftlichen Bereich setzen. Ich lade alle verantwortungsbewusst agierenden Unternehmen ein, mit uns gemeinsam etwas zu bewegen und für den Trikos einzureichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020